Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so einen Luftfilter bei deinem Auto hier hinten richtig wechseln kannst, dass einfach die Lebensdauer von deinem Motor erhöht wird. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich wechsle diesen Luftfilter hier jetzt als Beispiel einmal bei meinem 6er Golf hier im Hintergrund. Wenn du jetzt ein anderes Auto hast, kann dieser natürlich etwas anders ausschauen und vor allem auch irgendwo anders in deinem Auto sitzen. Doch vom Prinzip her ist der Austausch eigentlich überall gleich. Zuerst einmal müssen wir den Luftfilterkasten finden. Hierfür natürlich die Motorhaube öffnen, das ist ja klar. Und dann am besten einmal nach so einem speziellen Zeichen Ausschau halten, denn dieses ist meistens auch vorhanden. Das ist jetzt einfach das Zeichen für den Luftfilter und somit haben wir hier vorne neben dem Motor auch schon unseren Luftfilterkasten gefunden. Hier bei meinem 6er Golf haben wir jetzt einmal insgesamt acht solche kleinen Schrauben hier. Diese sind einfach außenrum angeordnet und die tun wir jetzt mal mit einem Torx gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Du musst übrigens keine Angst haben, wenn du das Ganze jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehst, dass die Schrauben irgendwie rausfallen können. Denn hier ist einfach eine spezielle Schraube verbaut, die sich jetzt schon gelockert hat, aber danach einfach nicht rausfallen kann. Die Schrauben sind gelöst, jetzt können wir unseren Luftfilterkasten einmal einfach nach oben wegziehen und wenn du das Ganze öffnest, kannst du auch schon sehen, dass hier drunter sich der alte Luftfilter befindet. Den Luftfilter jetzt auch einfach nach oben hin rausziehen. Du kannst sehen, dieser ist wirklich schon sehr dreckig und dann müssen wir mal hier diesen Luftfilterkasten von innen noch etwas mit einem Staubsauger säubern. Nachdem ich meinen Luftfilterkasten hier hinten nun von Blättern und allem Möglichen befreit habe, noch kurzer Hinweis. So ein Luftfilter irgendwie wieder sauber zu machen, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Es kann sein, dass du mit Druckluft oder einem Staubsauger, dass du hier etwas wieder sauber bekommst, doch nie im Leben hundertprozentig. Denn hier sind einfach feine Poren vorhanden und da bekommst du den Schmutz nicht weg, weswegen ich diesen hier jetzt auf jeden Fall wegschmeiße und mir einen neuen besorge. Den neuen Luftfilter jetzt richtig rum einsetzen, heißt bei mir diese farbige Markierung hier muss oben sein, anders geht es normalerweise auch gar nicht in das Gehäuse rein. Schauen, dass es wirklich überall sauber drinnen sitzt und dann können wir auch schon wieder unseren Deckel hier draufsetzen und die ganzen Schrauben hier festziehen. Am Ende alles nochmal auf einem festen Sitz kontrollieren, bei mir ist das der Fall und dann haben wir auch schon unseren Luftfilterwechsel erfolgreich abgeschlossen. Wie oft so ein Luftfilter übrigens bei dir gewechselt gehört, das kannst du einfach deinem Serviceheft vom Auto entnehmen. Wenn du dir jetzt so einen Luftfilter, egal ob für einen 6er Golf oder für irgendein anderes Auto zulegen möchtest, dann kann ich dir hier wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in deinem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also einen Luftfilter zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. Und dann, um zu Hause jährlich bis zu 100 Euro einzusparen. Und dann, um zu Hause jährlich bis zu 100 Euro einzusparen. Und dann, um zu Hause zu scratched, unsДаabendぞ, weil diese Kl Watkistanники dafür eine zahlen zu leaks barren dazu ist,